Kommander Miranda Keyes, Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Hier läuft's bei euch, Malta. Bereithalten. Die sind eingeklinkt, gut zielen und auf Gegenfeuer achten. Die sind in Standardformation, die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten. Viel Glück, Cairo. Feuer auf dieses Schott. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie ihnen. Wir finden ihn, Sir. Feuer auf, Kai. Feuer auf, Kai. Feuer auf, Kai. Nicht nachlassen! Feuer auf, Kai. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts Feuer. Einbring mir in Barkport, Perlick. Neuer Kontakt. Tank dich. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, dann? Hey! Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Dann darfst du es wieder nichts nutzen. Ich bin froh, dass Sie hier sind, Sir. Halle, Vorsicht auf, Fall. Hat seine Spur verloren. Halle, Vorsicht auf, Fall. Halle, Vorsicht auf, Fall. Halle, Vorsicht auf, Fall. Oh, oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Die Allianz muss hier sein. Die Allianz muss hier sein. Was ist das? Das war's für heute. Ich war fast an Bord, als wir auftauchen. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zettkampsel einmal zu kommen. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zettkampsel heranzukommen. Chief, du trest... Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zettkampsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Chief, finden Sie die Bombe. Scheidet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Cortana Ziele aussuchen und Feuerfeind. Die frischen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana Ziele aussuchen und Feuerfeind. Die frischen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana Ziele aussuchen und Feuerfeind. Die frischen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana Ziele aussuchen und Feuerfeind. Die frischen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die frischen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kallung. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Krümmerfeld der Malte in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Säfertur. Arm, 잠 Sie nehmen,ัot her Grindel. Ich bin douche occurrence. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020